Ich wollte dich nur zur Arbeit bringen. Na war mir klar. Ich bin gerade im GTA Online im schlimmsten Albtraum, den es gibt. Nein, 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 alles Güterwagen und Güterbahnhof und Bahn und DB Cargo. Ich will mir das nicht angucken. Ich seh das jeden Tag, acht Stunden. Auto. Bahn doch nicht. Nein. Alles gut. Panzer. Alter, was geht? Warst du das, was du mit Partnern gefangen hast? Ja, das war was für Party People Fun. Wer? Weg ist er. Tobi hängt meine Frau am Arsch. Der macht dir nach. Was ist da los? Beide gleich. Rennen. Typisch Party People. Nächstes Rennen. Ja, willkommen bei Party People. Fun rückter. Ja. Fun rückter, leutchen. Äh, leut. Hä? Was habe ich jetzt gesagt? Ja, jetzt fahr mich über den Haufen. Oh. Da fährt sich gut. Zumindest in der Lobby. Oh. Da kam ein Schild. Ne, fährt sich scheiße. Kack, Auto. Nein. Alles gut. Ich bin doch da. Nee, fang schon fahren. Ja. Ich habe mal geplant. Ey, was ist denn jetzt los? Du wurdest rausgeschmissen. Ich habe dann auch schon gemerkt. Das ist doch eine Frechheit. Hey. Das ist doch wohl ein Witz hier. Hey. Weiter. Zivilisten haben keinen Zutritt. Wie scheiße. Warum scheiße? Alles gut. Ich habe immer noch verboten. Rechts. Vier Sterne. Ja. Jetzt da, warte mal. Ich muss mal. Ich brauche ein Militärfahrzeug. Militärfahrzeug. Nein, nein. Nein, nicht zu meinem Hangar. Ich brauche ein Militärfahrzeug. Weiter, weiter, weiter. Nein, nein. Nein, andere Richtung. Da, warte. Nee, nee. Da, der Hubschrauber. Der Hubschrauber. Der Hubschrauber. Weiter. Links. Jetzt rechts. Jetzt rechts, 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 rechts. Da, man fahren wir, safari, äh, nicht safari, äh, rechts, der Hubschrauber. Ja. Ach, scheiße. Fick doch die Henne. Alles einsteigen, bitte. Das habe ich auch noch. Ja. Fahrschiff's bitte an der Kasse lösen. Die Fahrt geht wieder rückwärts. Was? Hm? Was weißt du? Ich weiß auch nicht. Und die ist verrückt? Ja. Verrückt. Ich bin ganz verrückt. Oh. Tobi ist tot. Oh, so wachst du. 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 Oh, nein. Werkstatt. Werkstatt. Äh, bin ich hier dein Taxifahrer? Ja, du stehst doch gerade hier. Ja, wo denn? Du fragst wohl. Weiß ich nicht. Werkstatt. Nächste Werkstatt anfahren. Ja, wohin? Ja, kannst du auch. Und dann, äh, jetzt, äh, rechts. Rechts, genau. Genau, genau. So, geradeaus durch. Ganz geradeaus durch. Einfach geradeaus durch. Genau da. Hier da drin, da kennst du auch noch. Jeder Jump and Crash. Genau. Geradeaus durch. Geradeaus. 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 Wieso geradeaus? Wieso geradeaus? Fahr so, wie ich dir das sag. Ich kenn hier jede Abkürzung. Ja, und jetzt? Um links. 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 So, da durch die Lücke in der Mauer. Genau da durch. Ich hab die Lücke gesehen. Alles klar. Geradeaus. Wieder links. Links. So. Sag dann immer geradeaus. Rechts. 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 Reicht. 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 So, ein kleines Stück hier noch. Jetzt rechts. Ne, wir sind schon vorbei. Ich hab ihn vertan. Schnell könnt ihr nicht gucken. Du fährst viel zu schnell. Du bist ein tolles Navi. Scheißegal. Hier geht auch. Vollding auf. Nein. Jetzt hab ich den Sultan gerufen. Jetzt hab ich das falsche Auto gerufen. Ich fährt wahnsinnig. Jetzt muss ich zu meiner Garage. Einfach geradeaus fahren. Immer geradeaus. Bist du da wo du wohnst kommst. Bist du da wo du wohnst kommst. Ja, bist du da wo du wohnst kommst. Genau. In der Zeit trinke ich mir an. Nein. Oh, mein Video ist fertig. Warum bin ich alleine? Weil du es kannst. Fahr nicht mehr so dämlich. Einladung ist ausverkauft. Ich bin alleine. Allein allein. Allein allein. Allein allein. Allein allein. Ich bin alleine. Du bist gemein. Wir sind doch wir. Wir sind alle hier. Das Spiel mobbt mich. Jetzt mobbt das Spiel ihn. Ja, ja. Immer das gleiche. Erst. Erst. Ja, danke. Marskorn. Komm jetzt das Spiel. Was? Nicht schlimm. So, betakt. Ich geh trotzdem mal mal gucken. Ich kann mir das ebenwürdig vorstellen, dass sie das rausgenommen haben. Das war letztens auch schon so. Ja, ich weiß. Es war gerade auch so. Wir sind eine Runde auf den Block fahren. Da kommt nichts. Eine Runde vorm Baum fahren hier, ey. Da kommt nichts. Eine Runde vorm Baum fahren hier, ey. Hallo Baum. Mhm. Ah, ich sehe eins. Ich habe eins. Nein, nein, das ist meins. Ich schwöre, ich schwöre. Komm. Ja, stimmt. Ich habe eins. Die hat ein blaues. Die hat ein blaues. Och, ne. Meine Garagen sind alle leer, ey. Nix. Ja, hier. Nimm den doch. Ja, du fährst doch weg damit. Da wegen die alte. Welche alte? Danke. Dann fahre ich jetzt mit deins. Darf ich da eins auch verkaufen? Nein. Sieht genauso aus. Ja, ist klar. Das ist aber ein Koruma. Ja. Ja, leck mich doch am Arsch hier. Vielleicht nicht so brennen. Ja. Och, man. Endlich. Ich nehme alles zurück. Die Getunen sind wieder da. Ein Hochauf-Rockstar. Du musst dich entschuldigen jetzt. Ne, sehe ich gar nicht ein. Nein. Die haben mich verarscht. Für die Verarsche entschuldige ich mich nicht. So. Dann mache ich jetzt nur die Folge hier. Ende. Ja. Ach, ne. Wären wir schon Ende. Dann machen wir weiter. Schnitt und ab zur nächsten Szene. So. Ihr werdet. Äh. Ich werde. Äh. Ja. Ihr. Äh. Ich werde euch jetzt. Ihr nicht. Nein. Erstmal nehmen. Ha. Ich habe den anderen Aufkleber gefunden. Der auf der anderen Flasche gefiltert. Hier sind zwei drauf. Ha. Ha. Ist ja geil. Ja. Kann mal hier losgehen. Hallo Laptop. Hallo Brülli. Hallo Brülli. Hallo Brülli. Ja. Hallo Brülli. Hallo Brülli. Hallo Brülli. Ha. Ich bin bespannt. Was? Natja! Achso, ok. Hallo Möcki! Hallo! Grüße, ich soll dir die Tür eintreten! Wo war ich denn hier? Der hört sich gar nicht. Zeig, zeig. 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 Brüdi ist taub. So. Brüdi ist taub. Brüdi ist taub. Brüdi ist taub. Brüdi ist taub. Was? Du bist taub. Ich hab kein Kopfhörer auf gehabt. Oh, hab ich den jetzt kaputt gemacht? Du, taub sein. Nein. Doch. Nein, ihr seid taub, deswegen muss ich ja immer so brüllen. Ja, ich... Du hörst, wir hören. Du sagst doch alles doppelt, ne? Ich hör nichts doppelt. Brüdi baut ein Hörgerät. Brüdi ist taub. Du sagst doch alles doppelt. Ich hab die Frage nicht verstanden. Wer? Ja, stimmt ja auch. Marcel, Alter. Ja und ich häng jetzt hier fest. Danke. Ich hab das Auto doch kennengelernt. Ich hab das Auto doch kennengelernt. Ich hab das Auto kennengelernt. Ich hab das Auto kennengelernt, ja. Ey, pass mal auf, ne? Marcel. Warte, der sagt, wer ist dieser Heike, ne? Guck mal jetzt. Ey. Ah, Mist, der ist freiwillig rausgegangen. Nein, bin ich nicht. Der ist immer rausgegangen. Jetzt kommst du immer rein, ne? Ey. Weil ich brülle ich an der Hone einsteigen. Hä? Ich hab aber offen. Ja, ich hab aber auch offen jetzt. Oh. Ich guck nochmal. Hahaha. 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 Hallo? Das war voll sauter. Hey. Fahrzeuge, äh, Fahrzeugzugang, Crew und Freunde. Ich wechsle nochmal. Freunde, Crew und Freunde. Du musst dran zuhören. Ja, jetzt? Ja, Rockstar ist kaputt, Marci. Wirst du sehen in dem Video. Extra für dich hier im Party-Bürofall habe ich den jetzt abgespeichert. Okay. Und Schnitt ab zur nächsten Szene. Genau jetzt. Nein. Hör auf. Hahaha. Nein, Lisa. Hallo? Schatz, Proto ärgert mich. Ach so. Sophie. Oh. Oh. Der ärgert gerne wieеньqu罐 ist. Ahene, regardingow. Hahaha. Haha. Haha. Aber ich habe auch mal dazu. Wollen auch Bock hier. Hä? Die sitzt hier gar nicht hinten. Warum nicht? die glühwein tante ich hab die sitze im auto ja ich bin schon längst weg ja wir sind alle schon weg ja wo weg ich hab die einladung gar nicht gesehen ja heute gibt was auf die augen und meine wenigkeit ich wünsche viel spaß und heute spiel ich mal nicht die frauen verliert auf jeden fall besten t20 habe ich gerade auch genommen eine spielhalle und der dritte der gewinnt bei dir auch dass man es geklärt haben ja und der mit der schnellsten runde sind auch nicht ich darf sogar die aus und ich bin in der sitzung hier über die namen stehen die autos auf und ich verarschen ich werde wieder verarschen ich werde getrollt ja ich bin immer extra ab der macht es auch extra nein du kannst hier gucken ich kann ja das aufnehmen hier du wird geladen ich habe das auch wird geladen aber wenn das jetzt innerhalb von einer minute im ich werde schon auto ausgesucht haben ich durfte immer noch keins aussuchen das ist echt ein cooles bild die macht ihr ein foto wo steht wird geladen ja gut aus zu mir da kannst du hier ein bild machen sitzung wird gestartet ja ich kann nichts machen ich kann nichts machen das hat er doch echt zwar gemacht da wird sie noch drinnen können alle nix machen der hackt uns gerade nur weil er kein bock auf das rennen hat ja ich spreche ja jetzt ab wir sehen uns gleich beim rennen wieder weg ich gehe direkt auf start hier das tun nach der geräusch da 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 neaaaaaaaaah oh Mann ach was stehst du auf alte Musik was worum ich das ich jetzt auch fresse holi kiki kiki hallo oh nein der Tag ist gelaufen hey moin tobi moin tobi irgendwie wieder wach geworden du bist gestern eingeschlafen ach ja komm ab noch kommt der noch nicht an diese Liffel 315 und lass mir in Ruhrmann m grenade dann hab ich nichts gewacht 吧 dass ich ich weg da der schreit immer so ja der ist immer am schreien gekehrt wäre der toby ja meine sub ist hier wenn ich hatte die karke niño durchsregel karin hat die brady verlassen dein auto steht da noch hier ich meine den brüllen steht hier noch die karin wissen jetzt schon wieder die karin hier dein auto hat er soll nein mein auto ist nicht die karin nein mein auto ist der sultan denn die karawane zieht weil ich hatte so nein ich bin jetzt hör auf das steht doch da meine fresse ich hab so viele autos schenk mir mal ein paar schuhe der hat der hat burnout ja das ist ein problem zweimal sogar dreimal einmal für die drei einmal für die vier und einmal in real life polizei kommt hey polize man macht die waffe weg hast du ein stern ja leider ich habe jetzt gedacht die fragt hast du ein ständer mücke ist wieder da ich höre aber ich sehe nichts da da fährt da unten der fährt einsteigen kann ich hinten drin sitzen kann ich mit einem saufen der sonne entgegen auf damit das war einer fremder hatte angst das war einer fremder alles klar ja das ist doch das ist doch schönes abspann ding hier für party people von melia da können wir schon mal sagen hauze rinde macht's gut bis morgen ja 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 noch bis morgen wir sind uns ja morgen wieder beim standdrehen wieder genau auf montag ja ich wünsche euch aber noch einen schönen sonntag genießt den abend macht's gut hauze rinde dankeschön und apriliserin party people von und Vielen Dank.